Hallo und Herzlich Willkommen zurück zu der Rutsch bilden als mit InterStorm äh Iron InterStorm Evolution nicht mehr vollbörst genommen vielen Dank fürs Einschätten ich hab's irgendwie wenn wir das Spiel neu startet und dann wieder aufnimmt dann ist es irgendwie sind die Frames in der Höhe aber ich verstehe nicht generell wie die Frames zu staunen sind ich hab vielleicht fühle ich daran dass es nicht im vollbörst starten kann keine ahnung ich mache es einfach mal ganz mal weiter mit dem typen reden mit breit für die vorrunde ja natürlich vorhunde ach so die muss ich immer hier auswählen okay die spieler die ich immer um im kampf erwerben möchte wie muss ich hier aus alles klar haupts verstanden Sherlock Holmes und spiel ich möchte spielen mit das wäre ja meine mitglieder sind ich habe ich schon mehr alles klar so ich kann noch nicht mehr haben ok also ich brauche nur einen Kollegen aber ich dachte ich musste ich dachte das spiel besteht aus zwei hilfskarakterien als zwei assistenten und aus dir selbst aber ok das ist dann wahrscheinlich bei dem spiel natürlich besser das ist dann Er ist die Ange-Mail-Mail-Nin-Kai-Voltzai! Der Junge der Verteidigen derjenesten, der Räst der Gäste, der ist der Kuss? Der Junge oder der Kuss? Der Junge der Erküste, der Stimmung ist die Werteidigen! Er ist der Junge in den Werteidigen, der Ange-Mail-Mail-Mail-Mail-Mail-Mail-Mail-Mail-Mail. Das war die Wesen, der noch die Fähigkeiten kommen. Die Wesen der Wesen sind die Wesen im Geist. Das war der Wesen, der 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 Wesen, der der Wesen aufgewachsen ist. Das war die Wesen, der Wesen im Geist. Das war's für heute. 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 Ich hab's für heute vorgelesen. Das war's für heute. Wie gesagt. das ergibt auf jeden Fall Sinn Schöne mal schauen wir unsere ersten Gegner seien's werden sind Toten tun sein können Prozent Euro das ist das Tor das kann ich viel sagen warum wir sie jetzt gezeigt haben Saar hat sie bei der Masse Ninkai-Betor sei Zeitung der Schuhe und Tennis der Tamii war Ja. noch mal Talato war Koko der Tata er ja okay Nindie wird von ihr die Runde ich hier mit die Jürgen um gegen als die Wüsche gegen ich muss in die 1 hokage und einen einen der drei legendären scheinen kämpfen der gut gegen jama zu und zu sakura gegen noch einen hokage und gegen die einen der sonst typen und weil er nicht erst ist Prozent sind hier ach so so ist das Prozent ich sollte immer ein sehr gut hin da ja auch keiner kein Mensch braucht irgendwelche Werkzeuge die sind total nütz und total Prozent was gegen die die ganze Zeit das ist ein bisschen schwachsinnig Prozent Kornel hat gleich so ein bisschen auf die Welt der sich vorbereitet ist Mordel Euro das wollte ich ja wie auch der liebten Köln oder der Bildschirm so genau bis in die die Bisschen und die der Arten recht ist die die Koppel Eichel 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 Eier Ah, ja, da ist voll der, hä? Takura, pass mal auf! So wird das gemacht. Aber ich bin so oft einsetze. Ich weiß es selbst. Ja! Das ist nicht einseitig. Okay, der Grauk-Kara greift es gar nicht an. Ich habe zuerst einmal Y-B gedrückt, da hättest du auch, dass er Y-Y-B ist. Aber man greift die Y-B. Was ist das denn? Oh ja. Äh, wie? Wie geht das nochmal? Äh, ja, genau so. Ich habe irgendwie die Aune total vergessen, das ist so großartig. Jaa, ich hatte eine Foto-Kara. Jaa, ich hatte eine Foto-Kara. Äh, äh, schön. Äh, schön. Was wäre eigentlich gewesen, wenn ich eure ausgestalten hätte? Oh Gott. Na gut, ich konnte nicht mehr verlieren. Egal, was kommt. Und... So, das ist die erste Mal. Ich habe Ikaku nie gezuckt irgendwie. Ja genau, erstmal den Hokage fertig machen. Aua! Na, jetzt greifen ich auch noch beide Augen. Äh, äh... Genau so. Nein, ich habe echt so keine Ahnung, was hier noch. Das ist... Ich bewege mich so langsam. Ist der Wahnsinn. Ja, das ist sehr geplant. Da ist wohl geplant, diese Kampfgeschichte zu Ende. Mein Plan ist, das ist ja, diese Kampfgeschichte zu finden. Ich war auch so eine Okage fertig. Ja, meine Punkt, ja. Ja, meine Punkt, ja. Ja, meine Punkt, ja. Ich war nicht mal fertig, Oma. Ja, Oma. Geh her, Oma. Wir greifen die Gegner mal nicht mehr an. Ich muss seine Punkte mal ein bisschen senken. Ja, Hau von Yamato. Oh, endlich! Ja, und ihr habt da einseitige Sprüche anscheinend. Nein, ich hatte nicht mehr ausweichen. Scheiße. Nein. Ja, gut, ich hab's gewonnen, das ist scheißegal. Ich muss auch unbedingt die Tostendinge ein bisschen besser nehmen. Ich hab die ein bisschen verleert, man merkt, das hat viel von voll. Natürlich hat die Wunden. Na, 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 na. Die, ähm, Vera. Nein, Naruto und, äh, Ikako. Äh, 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 in der Itempalette freigeschaltet und es wurde, äh, die Itempalette freigeschaltet. Ja, ja, die Hauptmache. Na, ja, und sonst so nichts sehen, möglicherweise. Ja, ja, irgendwie ist das total OP, wenn man irgendwie mit demselben Charakter spielt. Na gut, war bei Ding auch so bei, äh, äh, und, die, äh, 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 äh. Und, äh, 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 äh. Aber, okay, da kann man ja nichts machen. Du, 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 du... Endlich. Entschuldigung. Entschuldigung. Ihr seid alle. 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 Sayonara Ferkelchen. Oh ja. Erstmal. Scheiße. Ihhh. Speichern erfolgreich. Ich weiß gar nicht. Habe ich denn angefangen? Fünf. Dreißig. Äh. Ich weiß nicht. Weil der Timer läuft bei der anderen. Die hat quasi die Zeit von der anderen Folge auch noch eingespeichert. Das heißt, ich muss jetzt ein bisschen rechnen. Ich fing kurz auf 50 an. Das heißt, ich habe jetzt. Äh. Knapp 20 Minuten oder so. Sorte. Wie schon zum Vor. Du kannst diese Zeit auch benutzen. Den Hauptkampf bis zu drei Mann. Kampff. Wenn du soweit bist. Redeweite wieder mit mir. Wir sehen uns bald wieder. Ach. Jetzt kann ich mir wieder suchen. Oder wie? Anscheinend. Vielleicht. Mal schauen. Wer hier noch so rumgabelt. Wenn nicht. Gehe ich mal nach oben. Ich kann auch nicht schneller rennen. Vor allem. Wir sind die ganze Zeit in dieser. Form. Das ist nicht energiekostet für Naruto. Wundert mich aber. Und da kann ich noch nicht hin. Ich spürze. Verschiedene Ränge im Ninja Weltturnier. Abschied. Oder wenn du ein bisschen was verkauft hast. Alles klar. Ich habe es verstanden. Vielleicht finden wir hier noch irgendwo jemanden. Hier war doch vorher noch irgendwas in der Luft. Oh. Wo war. Hier war das. Glücksradrie los. Yeah. Uff. Das ist eigentlich voll IP mit dieser Form. Ähm. Da oben. Oh. Hier sind noch Kisten. Da oben waren auch noch welche. Da reden wir gleich. Ja. Die kann ich zerstören. Ich weiß schon. Aber nur. Wenn mir die Hausdauer angesetzt wird. Oh. Da oben. Mal gucken. Wer da ist. Äh. Ach. Guck mal einen an. Hier ist Lee. Und Lee. Ne. Hier ist Lee Fortas. Und. Äh. Ja. Die beiden doch. Ne. Ich habe es leider vergessen. Die Namen. Und des. Äh. Tenten. Genau. Schließe ich mich. Aber der Geist uns stünden. Und sagt. Das waren Tronses. Und. Da machen wir doch hauern. Den Geist entzünden. Und heißt. Immer das gleiche. Ich will mal was anderes. Ausprobieren. Geht's dir nicht. Nicht genauso. Neji. Ganz genauso. Nein. Die. Ersteckt. Ein. Körnchen. In dem. Was sie sagen. Jetzt. Abwechslung. Und. Gleich gut. Aber. Hier geht's nicht. Ach. Genau. Das ist. Geil. Ich werde euch beiden. Unser heutiges. Training gehört. Geil. 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 Spezial. Etwas. Die Mitglieder von Geist. Team. Führen. Das übliche. Training. Aber. Es scheint. So. Es scheint. Geil. 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 oder wie oder was oder wo ich habe es nicht ganz verstanden aber ich konnte damit leben n 8 aha die abkürzung ist also enden es uns nichts mehr mit fb 3 abkann sie auch die mixen wie jetzt das wissen genau ich kann schon also gehe ich keine fall gestolten schloss doch nicht ungewöhnlich ist es wie immer sie oder ihr oder was natürlich in dem man erwachen typ barb 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 natürlich wir arbeiten wahrscheinlich auch wieder etwas eisenkette die jünger folge aus beginnen bist du bereit in kassel gegen die und die beiden von konoas bin ich müde natürlich wieder wort bis dort jetzt es dauert immer ewig